Musik Nicht viel. Warum nicht? Wir finanzieren doch eh schon die ganzen Länder im Süden. Ja, grundsätzlich finde ich das eine gute Idee. Wir hatten noch nie so lange Frieden in Europa wie jetzt. Vereinigte Staaten von Europa? Erstmal habe ich das noch gar nicht gehört. Und zweitens mal finde ich das auch nicht so ganz doll. Wir haben sowieso schon ganz viele Probleme. Und jetzt auch noch so ein bombastischer Name? Nein. Das ist eine gute Idee, weißt du? Weil gemeinsam kann man viel schaffen. Das ist natürlich immer eine Sache, ob man es betrachtet vom wirtschaftlichen Standpunkt aus oder einfach vom rein politischen. In Amerika funktioniert es ja irgendwie, aber bei uns müsste das, denke ich, ein ganz, ganz anderes System sein. Einfach wegen dem kulturellen Hintergrund, der sehr viel unterschiedlicher ist als zum Beispiel in Amerika. Den vielen unterschiedlichen Systemen, auch wirtschaftlichen Systemen. Was soll das denn? Ich wüsste gar nicht, was der Unterschied ist, wie es jetzt ist. Nicht viel deshalb, weil die ganze Europäische Union in den letzten Jahren uns ja sehr viel Sorgen gemacht hat. Oh Gott, das ist für mich wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube, kann ich jetzt so nichts zu sagen. Vielleicht sagst du... Wäre vielleicht nicht schlecht. Dann könnte man vieles vereinheitlichen, aber die finanzielle Seite wird wohl kaum zu lösen sein. Meine Meinung. Ich bin ein bekennender Anarchist. Ich halte gar nichts von Staaten. Also jetzt scheitert Europa, also die müssen was machen. Ich bin ein bekennender Anarchist. 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 Ich bin ein bekennender Anarchist.